Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dein Gleit Und ja, wir machen jetzt erstmal die Mission Mitternachtsbraut Und wir müssen jetzt Mitternachtsbrautkräuter einsammeln Also wir gehen jetzt erstmal zu einer Sicherheitszone Und schlafen da erstmal und dann gehen wir halt dorthin Und schauen mal, ob wir das einsammeln können Weil ich glaube, es muss halt auch wirklich nachts sein Glaube ich jetzt zumindest Aber sonst wird der Name irgendwie keinen Sinn ergeben Warte, was ist denn hier? Ach so, das ist wahrscheinlich die Story-Mission, oder? Ja, stimmt, glaube ich schon Ja, warte Boah, der Baseballschläger ist schon mal richtig geil Aber das Bein müssten wir dann auch mal ausprobieren Kann ich leider nur dreimal reparieren Und den Baseballschläger halt viermal Das ist geil Ein Attentäter, okay Alter Metallteile Achso, das ist der hier Ja, ich höre irgendjemanden Da hat doch jemand geredet, oder? Na, egal Ja, komm schon Nein Boah, shit, verpiss dich Okay, Kopf angeschlagen Zigaretten hatte der dabei Und die hatte noch 16 Dollar dabei Okay, nochmal Zigaretten Alter, der ist richtig geil, der Basey Zigaretten, okay Okay, Nägel Was ist hier drin? Kaffee Und hier Ein Müsli-Riegel Und Süßigkeiten, okay Und hier ist wahrscheinlich wieder Moll drin Oh, nee Alter, alter, alter Jetzt kommen die hier alle rein Aber warte, ich muss jetzt erstmal zur Sicherheitszone Aber ist nicht gleich da Wir schauen jetzt auch hier schnell rein Metallteile Da war sie Hier ist noch eine Box Okay, ein Plastikteil ist hier drin Nein Boah, shit Nein Boah, alter Jetzt falle ich wieder runter Aber jetzt sind wir schon oben Nein Alter Ach so Oh, man Ist ja hier unten Ich habe schon wieder gedacht Dass das hier die Sicherheitszone ist Kann ich auf dem Auto eigentlich landen? Ich glaube schon, oder? Okay, ist nicht ausgegangen Zum Glück Da ist auch noch ein Händler Boah, die wäre auch echt geil Alter, 197 Schaden Ey, das wäre echt richtig geil gewesen Boah, die Sichel hier Aber jetzt habe ich leider mein Geld schon ausgegeben Die Wertsachen verkaufen Direkt mal wieder Okay, dann schlafen wir jetzt erstmal Dann entfernen wir mal den Wegpunkt Dann gehen wir jetzt dort erstmal hin Oh, ich hoffe mal Oh, ich hoffe mal Der wird nicht irgendwie von Schatten Gejagt Oh, da sehe ich schon einen auf der Karte Oh, shit Da drüben ist einer Okay, wir sind schon da Oh, nein Das ist ja auch einer Okay, das ist nichts, was wir brauchen Ah, hier Kommt schon noch mehr Hier ist noch was Ah, hier, okay Danke Gar nichts, okay Okay Okay, wir haben alles Okay, bringen sie die, äh Die Kräuter zu Gürsel Wo ist denn der überhaupt? Ah, hier drüben Oh, Mann Das ist doch, ähm Äh, bei diesem Fischerdorf, oder? Ich glaube schon Aber ich gehe jetzt erstmal zurück zur Sicherheitszone Warte, von wo sind wir überhaupt gekommen? Ich glaube von hier, oder? Da müssen wir, glaube ich, zurückgehen Oh, shit Oh, shit Boah, das ist da oben, Alter Ist schon nur, okay Ah, wir sind gleich wieder da Das ist gut Und wir wurden nicht gesehen Das ist echt geil Aber warte, wir müssen schlafen Okay Dann gehen wir jetzt hier wieder raus Okay, dann schauen wir hier hin Algen Ne, aber mir wird nichts markiert Leider Haben wir schon Giftkräuter Habe ich, glaube ich, auch schon geschaut Ah, ne Okay, dann bringen wir jetzt erstmal die Kräuter zu Gürsel Alter Alter, mit einem Schlagflug Egal War shit Von hinten Und tot Ja, der Baseballschläger ist halt richtig geil War echt gut, dass wir uns den gekauft haben Boah, shit Okay, ist eine Truhe drin Okay, mit Batterien Metallteile Metallteile Und nochmal Metallteile Und nochmal Metallteile Aber ich glaube, jetzt müssen wir auch Ähm Dann in den nächsten Folgen Dann erstmal mit der Story Weitermachen Ähm Weil, ja Also wir haben hier zwar noch ein paar Nebenmissionen Aber ich weiß ja nicht, wo ich das finden soll Den markierten Bereich Da ist doch nichts markiert Oder vielleicht nur, wenn es Nacht ist oder so Ich habe keine Ahnung Aber ja Das sind halt auch nur so Sammelmissionen Und da machen wir jetzt Würde ich dann sagen In den nächsten Folgen Erstmal mit der Story ein bisschen weiter Weil jetzt haben wir eh Erstmal richtig viele Nebenmissionen gemacht Aber hat der da sind Truhe unten Okay, Mittel Schaffen wir hoffentlich Okay, wir haben es Und dann schauen wir mal, was drin ist Okay, ein Hackmesser Und Kaffee Oh shit Wird gepackt Alter, da kommen wieder richtig viele Oh nein, ich muss hier weiter Boah, lass mich durch Hä, das war doch die Stimme von Karim Eigentlich, oder Oh, geil Eine neue Nebenmission Oder warte mal Äh Wir machen jetzt Erstmal die hier weiter Wir müssen jetzt eh noch Die Wir müssen jetzt eh nur noch Die Kräuter zu Gürstel bringen Warte, da ist ja ein Befallener Aber der sieht uns jetzt Zum Glück nicht Also hier Oh shit, oh shit Oh nee, der ist jetzt auch wieder da Okay, tot Und ich glaube wir sind eh gleich wieder da, oder Hm, ja Wir sind bald da Stimmt, hier ist eine Herausforderung Warte mal Kommt man hier nicht immer durch Wenn man hier reingeht Ich glaube nämlich schon Das haben wir schon mal gemacht Warte, das können wir hier wieder überall reinschauen Okay, noch ein Baseballschläger Und Kaffee Noch eine Tour Eine Blechdose und Zigaretten Und hier ist noch ein Stromkabel drin Ah, hier ist noch eine Tasche Okay, ich glaube das war alles Okay Noch eine Truhe Oh, direkt beim ersten Versuch Alter Äh, das ist ja eine legendäre Waffe, oder Ich glaube schon Alter, wie geil Macht zwar nicht so viel Schaden mit der Baseballschläger Aber ist trotzdem, glaube ich, ziemlich gut Warte mal Ne, hier komme ich nicht raus Achso, muss man da weiter, oder was Äh Warte mal Achso, hier kommt man raus Okay Aber irgendwie verwechsle ich das immer Weil es gibt ja die orangenen Waffen Die sind ja dann legendär Und dann halt die gelben Äh, die sind dann halt, äh Die sind halt dann Gold Obwohl irgendwie das Obwohl das halt irgendwie wenig Sinn macht Weil die halt gelb sind Und eigentlich nicht Gold Na, warte, die müssen wir noch schnell töten Oh, shit, oh, shit Ah, wir sind eh schon da Da unten ist das Fischerdorf Alter, ich hänge hier fest Oh, nee Ey, was ist das denn jetzt? Scheiße Oh, nein, Alter Warum passiert mir so eine Scheiße? Ey, ich kann jetzt nicht mal aufstehen Oh, shit Okay, warte, ich komme Ah, nee, doch nicht Ich konnte irgendwie gerade aufstehen Aber ich komme hier nicht mehr weg Können wir mich bitte töten irgendwie? Ich bin eh gleich tot zum Glück Ey, Alter Das ist so beschissen Gerade Okay, ich bin tot Ey, sowas ist mir auch wirklich Noch nie passiert Okay Äh Warte, jetzt die Seilrutsche Okay, jetzt komme ich hier so nach unten Warum ist er nicht irgendwo in einem Müllhaufen oder so? Ah, dort Okay, wir müssen hier drüben hin Na, was hat er denn für mich? Ja Alter, die wird geil Dann können wir müssen hier nach oben Sie schon wieder Sagen Sie, Rais Er kann mich am Hey, was ist das? Haben Sie Kräuter? Wunderbar Jetzt muss ich nicht mehr mühselig nach Essbarem suchen Sie sind mir ein Rätsel Aber hier ist ihr Lohn Haben Sie sich redlich verdient? Okay, danke Aber gut, Leute Ich will jetzt auch erstmal sagen Das ist das mit der Folge Ich hoffe, es hat sich gefallen Bis zum nächsten Mal Und Tschüss